Als erste Dame schafft es in dieses Finale und bekommt von Ihnen ein riesen Applaus, die Startnummer 5, Tina Gauzry. Außerdem ist die Jury der Meinung, dass folgende Mist in das Finale der Top 8 kommen soll. Die Startnummer 17, Miss Berlin, Lisa Marius Zerner. Auch sie darf weiter nach der Krone greifen und da geht der Glückwunsch und I am Haus an die Startnummer 14, Sarah Elberlochstin. Und außerdem zieht einem das Finale der Top 8 die Startnummer 15, Miss Niedersachsen, Sarah Elberlochstin. Auch für Sie geht die Reise weiter. Und da gibt der Glückwunsch und I am Haus an die Startnummer 10, an Johanna Elberlochstin. Siehste, trotz Kniebandage klappt das doch richtig gut. Also, außerdem ins Finale der Top 8 hat sich ein Ticket gelöst, die Startnummer 11, Miss Bremen, Sarah Strauss. So, wer soll sich jetzt auf meiner Seite noch freuen? Und da geht der Glückwunsch und I am Haus an die Startnummer 16, Sarah Elberlochstin. So, einen Platz gibt es noch im großen Finale der Top 8 und ich glaube, jetzt ist die Spannung am höchsten, an dieser Stelle zumindest. Das letzte Ticket für das große Finale der Top 8 bekommt von der Jury die Startnummer 7, Miss Niedersachsen, Sarah Elberlochstin. Von den anderen Damen möchten wir uns jetzt leider verabschieden. Ihr bekommt einen Riesenapplaus, eine Freude mit euch.